8% mehr Geld für eine Laufzeit von 12 Monaten. Mit dieser Forderung will die IG Metall in die Tarifrunde für die Metall- und Elektroindustrie im September gehen. Der 1. Vorsitzende der Gewerkschaft, Hofmann, verwies auf eine gute Ertragslage der Unternehmen und die hohe Inflation. In der Metall- und Elektroindustrie arbeiten etwa 3,9 Mio. Beschäftigte. Rund 8% mehr Lohn für die Beschäftigten in der Metall- und Elektrobranche fordert die IG Metall so viel wie seit Langem nicht. Wir sehen diese Forderung angesichts der weiterbestimmten guten Ertragslage und hohen Auftragslage der Mehrzahl der Betriebe der Metall- und Elektroindustrie als eine verantwortungsvolle Lohnpolitik, die insbesondere auch Rücksicht nimmt auf die enorme Belastung der Haushaltseinkommen durch steigende Lebenshaltungskosten. Allerdings kommen auch für die Betriebe der Branche schwierigere Zeiten, glaubt der Arbeitgeberverband Gesamtmetall. Laut einer Umfrage rechnen 75% für 2022 mit einem Gewinnrückgang. Und 20% sehen sogar eine wirtschaftliche Gefährdung für ihren Betrieb. 8% mehr Lohn, unangemessen, so der Arbeitgeberverband. Wir haben Kostenbelastungen durch hohe Materialpreise, Strom- und Gaspreise. Da passen 8% überhaupt nicht in die Zeit. Auch die IG Metall sieht Risiken für die Unternehmen, z.B. durch einen Gasstopp. Dann würde man Rücksicht nehmen, signalisierte sie. Im September beginnen die Verhandlungen. Sollte es nicht zu einer Einigung kommen, darf ab Ende Oktober gestreikt werden.